Hallo ihr Lieben, ich bin heute einfach mal die Aufnahmen so durchgegangen, welche ich noch so habe, welche Bilder ich noch so gemacht habe und habe noch eins aus dem Sommer gefunden, so wie ihr wahrscheinlich so aus meinem Kleidungsstück sehen könnt. Und ist das noch ein Sommerkleidchen und bei dem Bild wollte ich tatsächlich total gerne eigentlich ein ganz anderes Farbspektrum haben als das, was dann letztendlich rausgekommen ist. Und ich wollte tatsächlich den einen Aufsatz nochmal ausprobieren, den werdet ihr dann gleich nochmal sehen. Im Sommer habe ich tatsächlich noch das eine Set genutzt zum Großteil. Ich finde die Farben noch immer echt toll und habe aber, wie gesagt, das Set ist leider noch immer ausverkauft, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gerade schneide jetzt. Wenn es zufällig dann doch, wenn ich es hochlade jetzt dann zu erhalten ist auf Amazon, dann würde ich es euch noch in die Infobox stellen, aber ansonsten leider, leider ist es sonst ausverkauft. Und wie gesagt, ich mag das Set, ja, die Flaschen sind klein, da ist nicht so viel Farbe drin, aber ich mag die Konsistenz halt sehr, sehr gerne, gerade weil es wirklich vorgemischt ist. Es ist gut flüssig, dass man halt wirklich eine gute Art hat, damit zu arbeiten. Gerade bei dem Acrylicpouring ist es halt so wichtig, dass die Farben schön flüssig sind und dadurch dann eben das Ganze dann halt besser miteinander arbeiten kann. Und wie gesagt, ich bin noch immer Anfänger, für mich sind so viele Sachen noch so unkontrolliert. Aber es macht so viel Spaß und ich kann es nur jedem empfehlen, probiert es total gerne aus. Auch hier habe ich das Silikonöl reingemacht. Dieses Silikonöl, was dort in dem Set mit drin war, war unheimlich ergiebig. Ist jetzt, glaube ich, ein paar Tropfen habe ich, glaube ich, noch drin, aber nicht mehr viel. Und das hat jetzt wirklich so lange schon angehalten für so viele Bilder und dementsprechend hat sich dieses Set für mich so mega gelohnt. Und genau, wichtig ist Tatsache, ich erzähle heute einfach so ein bisschen, ich werde so ein bisschen versuchen, Echtzeitmodus zu haben, dass ich einfach so ein bisschen nochmal erzähle zu dem Acrylicpouring, weil es gibt ja auch immer wieder noch neue Abonnenten, die sich das Video vielleicht anschauen und noch gar nicht genau wissen, was ist eigentlich Acrylicpouring. Und ich habe Tatsache mit kleinen Bildern angefangen, bin auch noch nicht extrem groß in den Bildern, was aber auch vollkommen okay ist, weil solange ich noch nicht so eine extreme Kontrolle habe bei den ganzen Sachen, ist das für mich immer noch wichtig, dass ich halt mit kleinen Bildern versuche, ein bisschen mehr zu schauen, was kann ich damit machen, wie kann ich es machen. Und genau, hier seht ihr, ich habe zwei von den Neonfarben genommen und das andere ist, glaube ich, sogar auch so ein Neonblau, aber eben halt leuchtet natürlich nicht so wie ein Neongelb zum Beispiel, aber das ist, glaube ich, auch verständlich. Genau, ansonsten ist Acrylicpouring Tatsache unheimlich wichtig, dass halt die flüssigen Farben bei sind und wer so gerne so eine Zellenbildung haben will, sollte es auf jeden Fall mit dem Silikonöl probieren und mit Wärme. Ich habe zwischendrin mal bei einem anderen Bild probiert mit einer Heißluftföhn, glaube ich, so heißt es. Mir fällt das Wort gerade nicht ein, das tut mir leid. Und leider habe ich da so ein bisschen an der falschen Stelle gespart und das war ein Heißluftföhn ganz leid. Also für mich komplett nicht zu gebrauchen und ich habe ihn auch wieder zurückgeschickt. Und ansonsten habe ich für mich jetzt herausgefunden, dass halt auch aktuell die beste Technik für mich ist, diese Schichtmethode, wo man dann den Flipkapp so macht. Und diesmal mache ich eine andere Technik, die aber für mich trotzdem vollkommen in Ordnung ist. Und ich probiere es, wie gesagt, es gibt Aufsätze, mit denen man Sachen probieren kann. So eine Art, man kann so ein, wie heißen die denn, so eine Topfkratzer, dass man da halt zum Beispiel drauf gießt. Und so ein Sieb zum Beispiel funktioniert auch ganz gut. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, womit man es gut machen kann. Wie gesagt, Flipkapp, man kann auch einfach nur schichten und dann rausgießen. Und da kann man so unheimlich viel ausprobieren. Und das Ergebnis wird immer anders sein, als man denkt. Also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Aber ich habe die Erfahrung eben auch beim Epoxidharz. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen. Epoxidharz weiß man auch nie, was wirklich rauskommt. Weil da einfach auch eine Reaktion passiert, die man nicht wirklich vorhersehen kann. Und dementsprechend ist es natürlich immer wieder schwierig, dann die Geduld zu haben. Wobei Acrylicporing sieht man das Ergebnis viel schneller, als beim Epoxidharz. Egal wie, es sind zwei Techniken, an die ich mein Herz verloren habe. Und dementsprechend. Ja, ihr seht, ich schichte gerade die Farben. Ich habe diesmal vier Farben, beziehungsweise weiß zählt ja eigentlich als Farbe nicht dazu. Das heißt, es sind dreimal diese Neonfarben und dann das Weiß. Von dem Weiß sollte man, wenn möglich, wenn man Weiß nutzt, halt auch immer relativ gut und viel vorrätig haben. Das braucht man immer irgendwie. Und ich habe zwischendrin das Weiß gemischt mit so einem Pouring Medium, beziehungsweise Fluid. Und um dieses Weiß dann zu verflüssigen und das war jetzt immer nicht ganz so einfach. Ich habe auch noch nicht das optimale Mischverhältnis dazu gefunden. Aber diesmal war es noch ein ganz normales Weiß. Es ist also noch nicht gemischt worden. Wie gesagt, das Video ist auch einen kleinen Ticken älter, also verzeiht mir, ich wollte jetzt einfach mal schauen, was ich da habe. Und nicht, weil ich nichts Neues da habe, sondern Tatsache, weil ich so viel irgendwann auch mal vorgefilmt habe, um für mich halt auch mal eine Chance zu haben, Dinge anders zu machen. Und es klingt jetzt merkwürdig, Tatsache auch mal eine Pause machen zu können, euch aber trotzdem ein Video schicken zu können, damit ihr immer wieder mal was Neues seht. Ich liebe es Tatsache, das Basteln. Ich liebe es auch, das Tatsache zu filmen und mit euch zu teilen. Und freue mich natürlich, dass es jetzt anscheinend immer wieder noch ein paar Menschen gibt, die sich auf meinen Kanal verirren und dann eben auch abonnieren. Vielen, vielen Dank auch dafür. Ich freue mich über jeden Abonnenten, den ich da immer sehe, der dann, wo sich die Zahl meiner Abonnenten verändert. Also vielen, vielen Dank und ich freue mich über jeden Einzelnen und ich freue mich auch hier über jeden Einzelnen, der jetzt noch dazu kommt. Über jeden Einzelnen, Daumen nach oben, Kommentar und allem drum und dran. Also tobt euch gerne aus. Ich freue mich sehr und das von Herzen. Ja, ich habe in dem Video habe ich eine runde Leinwand genommen. Das war jetzt Tatsache gar nicht so einfach. Rund ist jetzt für mich irgendwie dann doch. Und genau, das ist der Aufsanz. Das ist so ein Vlies, das war in dem Set damals mit bei. Nicht Vlies, mir fällt das Wort gerade nicht ein, es tut mir leid. Aber ich hatte ja schon mal einen Versuch, das Video habe ich auch schon hochgeladen. Wenn ich dran denke, werde ich es euch verlinken. Und hatte da festgestellt, dass so ganz hat es irgendwie nicht funktioniert und wollte es jetzt nochmal ausprobieren. Und ihr seht schon, ich gieße das ja direkt oben rein. Das heißt, dort kommt dann die Farbe aus den Ritzen, Schlitzen raus. Und diese Farbe mischt sich in dem Moment auch schon und von diesen Neonfarben wird es einfach ein grün-weiß. Damit habe ich Tatsache nicht gerechnet und war dann Tatsache auch ein bisschen verblüfft und dachte, okay, wo sind meine Neonfarben jetzt hin? Und ja, aber wie gesagt, ich liebe ja auch immer diesen Blick in den Becher, deswegen zeige ich euch den auch immer total gerne. Und genau, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht mit gerechnet, dass da dieser Grünton dann existiert. Ich habe es jetzt auch relativ schnell dann hochgenommen, aber ich finde auch das Ergebnis so schon echt schön. Es bleibt halt nur nicht leider so, da habe ich noch nicht die optimale Technik jetzt für mich entwickelt, um zu schauen, wie es jetzt am besten funktioniert, um bestimmte Muster zu behalten. Aber ich übe dran, es wird auch immer wieder besser. Ich kann bestimmte Farben auch besser halten und versuche da jetzt so ein bisschen die Techniken so zu verfeinern, dass ich dann das Ganze auch viel, viel schöner als Ergebnis dann noch habe. Ich finde die Ergebnisse unabhängig davon trotzdem immer total schön. Nur nicht falsch verstehen, ne? Und ich mag generell ja sowieso alles, was ich selber mache, ist für mich halt immer wieder etwas, wo ich denke, doch, das ist mal anders, das ist schön. Wirklich ganz blöde Ergebnisse hatte ich bisher noch nicht so. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, probiert euch aus. Es gibt nichts Schlechtes, es gibt auch niemanden, der kein Talent hat oder so, sondern es lassen sich so viele tolle Sachen machen und das kann jeder irgendwie. Auch wenn ich manche Sachen, da habe ich Tatsache Respekt vor und schiebe es Tatsache noch ein bisschen hinaus. So, ihr seht schon, ich finde immer so dieses unheimlich spannend zu schauen, wenn sich das halt so bewegt, wie sich das nochmal verändert. Und das war auch noch ein Video, wo es wirklich ganz, ganz schwer war, weil ich glaube, ich einfach zu wenig Farbe genommen habe. Und aus dem Grund werde ich jetzt einfach mal den Speedknopf andrücken und euch ein bisschen schneller bei dem Verteilen mitnehmen. So, ich habe den Speedyknopf gedrückt und es geht jetzt viel schneller. Ein Hinweis noch unbedingt, bitte, wenn ihr das macht, nicht eure Farbe in der Spüle den Rohren runterspülen. Und das ist Tatsache, es entwickelt sich so eine Haut und das ist ganz, ganz ungünstig für die Rohre. Sie könnten damit unheimliche Schädenverstopfungen hervorrufen und dementsprechend bitte, bitte nicht darunterspülen. Ja, ansonsten, ihr seht schon, es ist wirklich unheimlich grün geworden. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich finde das Ergebnis trotzdem sehr, sehr schön geworden. Das Bild steht auch noch bei mir und ich habe da so, dass bei mir jetzt im Schlafzimmer stehen. Und dementsprechend hoffe ich, vielleicht gefällt es euch auch. Ich zeige es euch gleich nochmal im Nahen und ich wünsche euch in der Zeit schon mal einen wunderschönen Sonntag noch. Einen wunderschönen zweiten Advent, wenn ihr das jetzt, wenn ich es hochlade. Und wir sehen uns hoffentlich am nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.